schon hier reingehen so ja cool mal ein grobes Seil aber das kriegen wir ganz schnell zusammen man kann natürlich auch grobes Seil in diesem Spinnrad machen das kann natürlich alles können wir nehmen aber das dauert halt so ewig lang dann kriegst du aus einer Pflanzenfaser halt auch ein grobes Seil raus ansonsten brauchst du halt drei dafür aber ich meine die gibt es so oft hier die kannst du überall holen kannst du ein ganzes Inventar damit voll machen wenn du das willst und ja hier ist einfach eine Runde und dann hast du hier schon wieder alles voll und so weißt du was ich meine das einzige was ich persönlich nicht ganz so cool finde ist halt so die Stapelgröße ja denn klar mit diesen Zähnen und sowas kannst du das natürlich alles machen das stimmt schon aber es ist auch unglaublich anstrengend die zu finden wenn du explizit danach auf Suche gehst das ist es ist schwierig aber mit der Zeit sollte das auch gar kein Problem so sein denke ich so was ich hier noch machen sollte vielleicht eine stabile Wand und huch jemand hat mich falsch gesetzt eigentlich ach da geht das nicht wir müssen mal schauen wenn wir das machen auf jeden Fall macht mir das Ding hier komplett dicht so so unser Lager ist mal leer sehr schön wir müssen unbedingt aufräumen auf alle Fälle mal gucken wie mal was umliegt da noch ein bisschen tau äh tau sag ich ähm Ton ah hier ist eine Laus arme Laus na ok sagen wir mal na hier sieht's aus an dem wir vorbeigehen da ist nämlich auch noch so ein Unkrautschdingel und da können wir auch noch ein bisschen was rum ich glaube das ist zwar nicht viel aber immerhin doch mehr als ich dachte ich glaube sonst kamen immer nur vier raus oder so aber aber egal lieber H mal Z sagt man ja immer so schön ist das schon wieder voll? auch gut sehr gut sehr gut sehr gut so haben wir noch irgendwo welche rumhängen hier klar da oben so ich habe auch noch gesnitt hier gut dann geben wir sie jetzt zurück und bauen mal die Fassade fertig so ein bisschen so 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 aha geht doch so jetzt ist das viel einfacher als wenn man äh auf alle Fälle müssen halt die noch so Treppen hin ja das kommt dann noch weg hier dieser Grashalm und oh das meint wir sollten dann auch schlafen gehen das ist bestimmt schon voll spät aber aber hier können wir erstmal alles wieder voll machen wait a minute ja schön in die Richtung fallen das ist sehr perfect it's perfect in der hoffen dass sie keine ähm spinne vorbeikommt weil die ist nämlich auch gerne mal hier unterwegs und auf die hätte ich jetzt ehrlich gesagt gar kein bock bisschen krass ja das hat noch eine nein wir werden erstmal so mit machen die jetzt nicht unnötig mal so ja so ist das auch fertig und ja so so ist das auch fertig das ist natürlich ein bisschen blöd oh ein tostiges ach ich muss mich jetzt mal ganz kurz stricken so so hier würde ich halt auch gerne so ein bisschen Fläche haben also hier wäre ja halt optimal so ein bisschen Fläche hätte ich fragen man könnte natürlich Grasbögen hier so mit dran machen aber aber man kann auch einfach wenn ich jetzt gibt's doch auch schrägen oder gibt es hier schrägen 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 neben rampe gras treppe kledach kledach ich glaube das wäre cool ich glaube das wäre cool war eher da wo dann doch ich wo aber Ah, das ist gut. Ah, das ist gut. Das ist sehr witzig. Das ist gleich so. Auch interessant. Ich glaube, das hat es eine Menge... Krass. So. 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 Rüsselkäferkäferkäferkäfer. So. 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 Wir machen noch... So. 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 Na gut. So. Na gut. So. 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 Okay, das geht dann natürlich nur, wenn es an den Ding wird. Oh, ich muss eine Randalen machen, hier stehen dann drum auch. Oh, ich muss ein bisschen laufen. So, wir brauchen noch fix, guck mal, was wir uns noch schaffen, bis 18 Uhr meine ist noch. Au! Ich muss erzielt. Nein, Spaß. Oh nein, ich kann die nicht nehmen. Äh, das ist natürlich echt, bitte. Das ist, das, das ist, das ist grad echt blöd. Das hier ist natürlich, äh, so semi-optimal eher... Mist. Ich dachte halt so, ja, hältst du alles. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Mist, 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 Mist. Das ist, das ist... ...semin. Das ist, das ist... ...semin. ...semin. Oh. ...semin. 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 ich bin ein cashformer ja was ist doch gut ja Aber das ist hoch. es geht schneller als man denkt also ich eigentlich nicht auch ja doch gift resistent also ne Puse Blume, eigentlich ist die ganz cool aber aktuell brauchen wir gerade so so vielleicht reicht es ja jetzt endlich na, wo ist doch die Böse, will ich mal hier hochgehen? ah, ich finde vielleicht eng werden na, das weiß ich nicht da ich jetzt nicht so weit laufen will mehr hm ich gucke nochmal hier nach, ob wir hier ein bisschen was gefahren kriegen Hallo wei wei am wei 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 so es muss aber noch gereichen imbisus imbisus So ein Stückchen. Oh, jetzt kann er hier. Gesundheit. Oh, wie ausgemessen. So. Die sind ja nicht fertig gebaut. Und links war noch welche. So. Ich denke, hier draußen kann man... Ah, wir schauen es mal. So, erstmal hinlegen wieder. So. Hm. Okay. Jetzt aber... Machen wir Schluss. Bitte. Und aus dem Fenster schauen. Bitte geht das nicht? So. Na gut. Äh... Ich bedanke mich bei euch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich denke, wir sehen uns vermutlich morgen wieder. Und... Und... Ja. Dann... Bis morgen. Und... Danke für die Follower. Tschö. Dann... Ciao, ciao. Und schön auch noch. Tschö. noch mal zum. Tschö. ños ken... Vielen Dank.